Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, wir stehen heute auf dem Aschaffenburger Wochenmarkt. Seit einiger Zeit wird intensiv diskutiert, wie soll es weitergehen mit den Verlegungsterminen, insbesondere über den Hamburger Fischmarkt, der hier immer Anfang des Jahres stattfindet. Mein Vorschlag wäre, wir geben dem Hamburger Fischmarkt noch eine Lizenz für zwei Jahre. Dann können die sich in Ruhe einen neuen Standard suchen. Wir haben dann die 30 Jahre voll und wir machen gemeinschaftlich mit den lokalen Akteuren und mit den Marktbeschickern hier ein regionales Fest, bei dem wir die Produkte und die Vielfalt aus unserer Umgebung darbieten, darstellen und gemeinschaftlich feiern. Dazu machen wir eine Abstimmung im Internet, beteiligen Sie sich. Wir möchten als SPD-Fraktion Ihre Meinung hören und wollen schauen, wie sollen wir im Herbst abstimmen und beteiligen Sie sich. Es wäre schön, wenn wir gemeinschaftlich in die Zukunft gehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017